Hi Leute, willkommen zurück zu Mists of Aiden, dem zweiten Part. Do you hear me? Why have you stopped? Anyway, so we need to find an old necklace. It lies somewhere in the master bedroom on the second floor. Be careful, you only have one attempt. We can't go back if something goes wrong. I did some scouting here. Check the main facade and you'll find a small window. It should be open. Get in and I'll tell you what to do next. Ja, seht ihr, es ist schon wieder anders. Wir sollen jetzt die Hauptfassade checken und da ist ein Fenster. Vielleicht hier. Aber ja, es ist das Faszinierende an dem Spiel. Es ist halt immer anders. Und es leuchten schon zwei Kristalle. Das heißt, bald können wir hier rein. Das ist ja schon, wo die Treppe ist. So, die haben weiße Augen und die leuchten im Dunkeln. Gar nicht unheimlich, ne? Boah, die Bilder sind so creepy. Sieht so antik. Was denkst du, die es wert ist? Ich nehme ein paar Fotos. Ich will sehen, ob sie funktioniert. Instant Kamera in... Ja, die noch funktioniert. Sie ist vor zehn Jahren aus der Mode gekommen. Ist das ein spezielles Fotopapier? Modern Art ist ein sehr strange Ding. Alter. Alter, ist das creepy, oder? Das ist so mit das coolste Element hier, finde ich. Wait, I didn't see it there. Or is it a glitch? Okay, let's move on. Oh, dieses scheiß Haus. You need to find and open the door to the master's bedroom. Ah, was für schöne Frauen das sind. Jetzt nicht mehr so ganz. Alter, da drin. Wenn ich sehe, dann kommt es mir natürlich bekannt vor, da war ich das ja schon mal gespielt habe vor ein paar Jahren. Aber jetzt aber beim Spielen weiß ich halt echt nicht, was noch kommt. Mal wild. Hübsch. Sie sieht jetzt nicht so krass aus wie die anderen, aber das ist sehr psycho, dieses Lächeln. Ach, du Scheiße, ey. Oh. Das ist eine Zeitung von vor sechs Jahren, die Artikel sind eingekreist, oder einer der Artikel. Es geht um eine, um das Verschwinden von einer berühmten Künstlerin und ihrem Sohn. Der Name ist ausgeblichen, ich kann ihn nicht lesen. Das ist nicht passiert. Das ist verrückt. Ah, alte Kassette. Let's wait. Ah, Alter. Ich habe ein paar Probleme von connectionen hier. Okay, wir schauen uns in den anderen Räumen. Die Kassette sollte in der Bedrohung sein. Oh! 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 Ehe! Oh! 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 Boah, ist das ekelhaft hier oben. Da war mir der Keller fast noch lieber. Da wusste ich wenigstens, dass es nur so ein Vieh ist. Aber hier kann es die Puppe und noch irgendwas sein. Jetzt auf dem Dachboden. Der Kamin. Aber was ist denn hier zu sehen? Ach, da steht jemand. Hier. Jetzt bin ich gerade irgendwie nicht weiter hier. Wie gesagt, es muss irgendwie auf dem Dachboden gehen. Unter der Lichtschein her. Was habe ich übersehen noch? So, was? Hier muss eigentlich doch eine Öffnung sein. Komme ich auch nicht raus? Ach, natürlich. Warte mal. Nee. Okay. Auch nicht. Der Raubert sich verdreht. Hier ist punished. Er wurde bestraft. Höpfssch. Ach, du hast's hier?! Warte, du hast's was. Warte mal, nehm. 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 Alles klar. Ja, nein. Schleifte dich. Nehm. Das ist das an. Nehm. Dat. Zwei. Ciao. Tschüss. Nehm. Nehm. O망. Was mache ich denn jetzt? Kiste geht nicht auf. Ich habe gerade leider nicht so ganz, was ich machen soll. Es ist zu spät. Das hat sie ihm angetan. Alter. Das Gesicht hat sie ihm demoliert. Der Schlüssel, der nicht so aussieht, als wäre er für ein Schloss gemacht worden. Oder für eine Tür halt, ne? Die Puppe sieht kalt und leblos aus. Dumpen Sau, ey. Lass sie da, scheiß Baby. Ja, ah, ah. Alter. Geht einmal, ja? Oder auch nicht. Guck mal hier, die Tür jetzt. Ey, das ist... Ich finde bisher, das ist das Beste von den Szenarios hier. Mit Abstand das Beste. Nämlich starkes Medikament. Die Verschreibung sagt, dass sie gegen... ...ausbrechende Aggressionen hilft. Die wurde für die Frau verschrieben. Ich wusste, dass ein Kind hier leben würde, aber warum ist das die einzige Sache, die ihm erinnert? Wo ist seine Bedrohung oder Toys? Es muss zumindest etwas sein sein. Oh. WERE IS HE? WERE IS HE? Was? Ich spiele es, ich spiele es. Ich spiele es. Oh There's something very strange going on here forget it forget the necklace just you can't stay here anymore Jump over the balcony and get out of here Okay, I can't go Oh god, we're going to run over the balcony, come on Jump? What are you waiting for? Jump! You can't, can't you? Okay Let's move on Ja, ich hab keinen Sprungknopf, was soll ich machen? Oh I don't like it, not at all If some artist or writer starts to tell you about the deep meaning of his work Do not believe them There are only two things they can write about It's themselves and their issues It's almost a lot of issues Ah, come Arm Oh Immer hin So Move Me Ok Ah Ah Fuck you Oh, sie wird immer hübscher. Immer hübscher wird sie. Meine Fresse. Ja, diesmal nicht. Ich wusste es. Du Arschloch. Aus. Ah, schön. Schön, schön, schön. Sam, ich habe Interferenz. Ich kann dich nicht hören. Das ist schon wieder hinter mir. Okay. Ja, mit dem Foto kann man sie bekämpfen, ja. Christian. BAM. Pitcher! Do you hear me? Take a picture! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh! Bicara! Was? Broken camera? Die Taschenlappe ist kaputt. Die Taschenlappe ist kaputt. Böse Mutter. Oh, irgendwas kommt doch gleich. Oh! Fuck! 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 Da vorne ist die Stadt. Also glaube ich. Au. Ich sage, explodier bitte. Do you hear me? It seems that the connection is clear now. Are you okay? What was that? That's why they didn't find her. Ich bin ja deswegen hier, oder? We found out what we were looking for. You saw what you wanted. Now you can leave, right? Good. Alter. Alter. Ich finde das so geil, dass halt wirklich genau das, glaube ich, auch macht, was ich mir angeguckt habe. Also, was ich gespielt habe. Genau das wird nochmal gezeigt. Boah. Alles wieder gut. Von wegen. Von wegen. Einer fehlt noch. Warum ist da ein Feuer hier? War es eine Pflege? Wahrscheinlich. Sie würden nicht hier sein. Ich habe nichts zu worry about. Du hast es geschafft, zu öffnen? Gut. Aber... Du bist sicher, dass du in da willst? sometimes ignorance is bliss well then let's take a walk you already know the drill someone will come and this someone will try to kill you. the question is who's it gonna be? plötzlich ist er nicht mehr unser Kumpel und macht sich Sorgen sondern ist eher so ein bisschen unheimlich don't think about what you saw just look away and ignore it you always did that very well ja das Spiel ist so krass gut einfach, ne? ich find's, Alter, es ist halt wirklich immer noch ein Meisterwerk you know, there comes a moment in life when you just feel trapped ja and when it seems that there's nowhere to go, you'll take any way out ich hab's halt erwartet und deswegen hab ich mich nicht so erschrocken ich hab's halt ich hab's halt was passiert in diesem Haus? warum bin ich hier zurück? du hast wahrscheinlich gedacht viel über das oder vielleicht über das alte Sitz du hast versucht nicht zu denken über das alles oh 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 haha ja, dumm ficker calm down you've already killed them keep going I've prepared a small surprise just for you Pfff You haven't been here for a long time, haven't you? Every new job began with this car What were you thinking when you went to that house? Was it all for their sake? Your favorite thought They never asked you for this but you were so sure that you stole only because of them and Adrenaline Rush has nothing to do with it There's only one thing you need to do before you leave Let's check how well you remember things Open the fuse box and cut the blue wire Or I don't It was the easiest thing ever You only had to cut the blue wire Disobedience Do you really want to return to your family? Well Maybe you'll find a normal job Eight hours a day Six days a week You'll be reliable Consistent Boring No You've always thought that you were too good for a regular job I understand You want to stay with your family If you decide to abandon the job I can't stop you Just leave the earpiece and go You won't hear about me anymore You won't hear about me anymore You won't hear about me anymore It's mine It's mine What kind of place is it? Have you died or just went crazy in prison? Well That isn't important In any case It couldn't be your fault Right? You can't be wrong The blue wire wasn't here in the first place Or maybe you had a partner Who gave you the wrong instructions It couldn't be your fault You are a good person after all This just can't be true I don't know Was da rumgeschlichen ist Oh 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 Scheiße Sama 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 Ajax Vom The police inform that the suspect in the arson of the home in East London has been detained. It turned out to be a 23-year-old native of London by the name of the The attempted robbery has ended in tragedy. When the failed thief tried to turn off the alarm and caused a fire, the resulting fire led to the death of a family of three. Married couple and a child were burnt alive due to the selfish actions of the detainee. The suspect claims that he is not guilty, since he didn't know about the presence of the people in the home. After all, it's never his fault. Is it? It's amazing what only a few sparks are capable of. Don't be afraid. It wasn't really your fault. After all, who knows who these people were? Kills. Abusers. Monsters. Come on! Come up with another reason why they should have died. You did it so well before. Let me give you a hint. Who is to blame? What are you imagining in your stories? The husband is guilty in the death of his wife. The wife killed her child. And the child is... I don't know. He was a monster and killed both of them. Let's see if it fits. Let me look at the person who killed me. You see here. An acceptance. I didn't expect this to happen. I didn't think we had to say goodbye, but... Farewell. It's a pity that acceptance cannot fix the past. You know you killed them. And you will remember this. No matter what you will imagine next. We will be together. Forever. Never. I need everything to make a smash day. nucleaire ok Wait ya have a funny Same day. We will be back here. alles klar wir sollten jetzt alle vier türen offen haben also die ganzen vier sachen und jetzt sollten wir diese kristalltür öffnen können vielleicht habe ich schon mitgekriegt dass der typ in unserem ohr nicht ganz so sauber ist wie er immer vorgibt er ist nicht unser freund diese leute als es sind es ist ein start talking to myself ich kann es nicht mehr ich nicht gestreckt okay also haben wir mit uns selbst geredet kundin 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 Ich weiß halt echt fast gar nichts mehr, aber interessant. Ich wusste immer, wer ich sein würde, als ich war. Mein Vater hat sich umsonst. Der Direktor der... ...Faktorie. Ein sehr starker Mensch. Er hatte große Pläne. Und einige waren bei mir. Aber erstens hatte ich eine tägliche Zeit, um zu machen. Er muss nach 5 Uhr wachsen, dann Arbeit, dann Schule... ... und in der Nacht... ... das reale Arbeit. Okay, mit 14 soll er Junior Assistant sein auf der Verteilungs- oder Sortier... am Sortierband. Mit 15 Jahren Senior Assistant am Sortierband. 16 Jahre Beförderung zum Schneideband. 17 Jahre das erste Jahr der Business School. 22 Jahre Abschluss. 24 Jahre Abteilungsleiter. 27 Jahre Assistant Director. Also assistierter Direktor oder stellvertretender Direktor. 35 Direktor der Fabrik. Steile Karriereplanung. ... 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 Das ist doch keine Kindheit. Scheiße. Das ist doch kein Problem. Aber erstens hat es nicht gut funktioniert. Schade Geschichten. Es ist zu verweigend, dass sie über sie denken. Aber sie gab mir die Distraction. Warte mal, er hat die Geschichten geschrieben, oder wie war das? Eine Einladung in die Welt außerhalb von zu Hause. Lieber Mr. Mist, Mr. Nebel. Ich entschuldige mich für meine späte Antwort, aber ich wollte mir Zeit geben, um mir und meinen Kollegen die Zeit geben, ihre Arbeit Der Graue Gentleman zu lesen. Um ehrlich zu sein, ist der Stil nicht sehr ausgearbeitet. Trotzdem bin ich begeistert von ihrem Talent, wie sie eine Atmosphäre kreieren und den dunklen Ton aufrechterhalten. Ich habe immer noch Gänsehaut von den schaurigen Beschreibungen dieses außerwärtigen Schlachthauses. Bitte antworten Sie auf diese Mail, Sie haben immer noch Arbeit, wenn Sie immer noch mit uns arbeiten wollen. Ich glaube, dass unser Angebot Sie interessieren dürfte. Viele Grüße, John Watcher, Editor of Publishing House Agatha. Er wurde ein Schreiberling. Der Vater war faszinierend. Er lockte mich auf. Er hat seine... ...eine... 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 ...und... ...wicht... ...in der Vergangenheit. Ich konnte, um zu verlassen, und das ist wirklich das wichtigste. Ich lasse all das weg. Ich habe eine spezielle Frau gefunden. Das ist, was wichtig ist. Wir haben ein wunderbares Baby. Und wir leben glücklich nachher, nach... ...dann... Ja, also er hat eine Frau gefunden mit ihrem Kind und sie lebt glücklich bis als Ende ihrer Tage bis. Hätte damit gerechnet, dass sowas wird am Anfang, oder? Von einer krassen Horror-Story. Ich habe mehr als drei Dutzend solcher Notizen geschrieben, nur für das erste Kapitel. Die Save-Tür öffnete sich mit einem leisen Klicken. Da ist es, der leuchtende Stein, nach dem er gesucht hatte. Es war jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Der Dieb drehte sich mit dem Rücken zur Tür und er starrte in einem Schock. Da war ein Mann in der Eröffnung. Er sah nicht sein Gesicht, nur, dass er eine alte Gasmaske trug. Ja. Wisst ihr ja, woher das kommt? Bam, bam, bam. Ein Brief vom Doktor. Nur nach diesem Brief erkannten wir, wie ernsthaft das Problem ist. Das königliche Hospital in London. Whitechapel Road, Whitechapel London und so weiter. 2. Juni 2018. Liebe Mr. und Mrs. Mist, es tut mir leid, zu informieren zu müssen, dass Olivers, ja, dass Olivers Wohlbefinden sich immer mehr verschlechtert oder Gesundheit sich immer mehr verschlechtert. Das Rio-Ciguard wird sein Wohlbehalten verbessern und seine Lebensqualität, aber es kann nicht seine Herzprobleme vollends erledigen oder abschaffen. Ich empfehle Ihnen sehr, dass Sie radikalere Methoden in Betracht ziehen, so früh wie möglich. Ich habe, äh, ich habe eine Medikation vorbereitet, äh, die vielleicht die Chance hat, das Herz wieder wie normal zum Laufen zu bringen. Ich bezweifle, dass eine Operation benötigt werden wird, aber ich muss Sie warnen, dass das vielleicht in der Zukunft vonnöten sein wird. Ja, wir werden die Behandlung Ihres Sohns beim nächsten Besuch dann diskutieren. Viele Grüße, Dr. Matthew Pierce. Das, ja, der arme Junge hat Herzprobleme, Baby. Oh man, das ist richtig schlimm. So was mit Kindern passiert. Äh, ja, Outline für das zweite Kapitel. Ich habe alle unnötigen Beschreibungen gelöscht. Äh, die Aufmerksamkeit des Lesers muss allein auf das progessiert werden, was er als nächstes sehen wird. Jeder Schritt, die Stufen rauf, war begleitet von einem, leisen Knacken. Eine Luke im, im Dach führte ihn zum Dachboden. Eine dunkle Welt, äh, die alle Spuren von, Geräuschen und Licht auslöschten. Das einzige, was er hörte, oder was die Stille durchbrach, war der, das Geräusch einer alten Kamera. Und das einzige Ding, das ihm helfen könnte zu sehen, war dieser kaputte Kamerablitz. Nach einigen Sekunden hat er endlich eine Tür gefunden. Ein weiterer Blitz der Kamera half ihm zu sehen. Dort waren sie. Bewegungslose Figuren. Kurz danach, äh, also ein kurzer Moment, festgefroren in der Zeit. Oh Mann, ja, die, die Rechnung wurde immer teurer, der, der musste, die könnten sie nicht mehr bezahlen, der nahm mehrere Jobs an, aber er sagte, sie hatten eine Chance. Ich erinnere mich nicht, wie viele von diesen Rechnungen ich erhalten hatte. Sie waren, es waren zu viele, zu viele, um das, um damit klar zu kommen. Ja, für sowas zahlt die Krankenversicherung natürlich nicht die Arschlicher. Natürlich nicht. Kass. Wie gesagt, es nimmt halt so einen Turn, der von Horror so ein bisschen zum Realitätshorror geht. So die Angst, die wir wahrscheinlich alle kennen, wenn wir erwachsen sind, so die Angst, zum Briefkasten zu gehen. Was ist auch? Gerade Selbstständiger. Der Doktor sagt, dass er stabil ist. Gut. Gut. Hast du noch eine Klappe genommen? Ich hatte keine Zeit. Die Operation hat gerade geschlossen. Wie geht es dir? Arbeit. Die Part, mit dem Maniak ist bereit. I will write it in time. Can we get another loan? We are already in debt. They won't give us any more. I just need to finish it and... You can call your father. Nadine, you know we shouldn't do that. I've already spoken to him. He has plans for me and now he has plans for Oliver. He will break him. He is a monster. Aiden, I don't care who he is. I don't care even if he has horns and a tail. We're talking about our son right now. Listen, if he gives us money then we won't be able to leave him. Never. No, I... I will sell the book and we will solve everything. Aiden, your last work is still in your desk along with the previous one. How do you know that they'll buy this book? This is all that I have. I promise you, this is my best work. I just need to finish it and everything will be okay. Do you believe me? One month, Aiden. Then, we'll call your father. I can handle it. I promise. Just say that you believe me and I will do everything. One month. Yeah, one month and she calls the father and asks him for money. But he's a monster and he will probably his child for himself and... Aiden. Are you okay? We need to talk. No, no, no. I just need to proofread this thing. A bit more time. Maybe a week or... More than a month has passed and I know that you work. I just wanted to say that Oliver is stable. The doctor is waiting and... She will not believe me. Even if I try to persuade her, it's either I'm finishing the book or... How long have you been inside? Aiden, I can't worry about the both of you at the same time. We must solve this problem and solve it now. Your father will help and he's not so bad. You can return your books later if you want. Who cares about the books? If he gets control, it will be the same with Oliver as it was with me. She doesn't understand. We won't make it through whatever happens. I'm sure that not everything is so bad with your father. We will talk to him or figure something out. Oliver asked about you. I said that you're working, but you'll visit him soon. He misses you. I miss you too. Open the door, Aiden. Aiden, you made a promise. Aiden, please. Ja, das dritte Kapitel. Zu dieser Zeit sollte der Leser sich schon wundern, was im Haus geschehen ist und dass der Held... I just want to talk. Ja! I will leave it all behind. I can work with my father. We... can come up with something. Together. But... if only I had a couple more days. I just want to talk. No, that does not matter. Hello, Nadine. Okay, das war jetzt ziemlich kurz. Ich hab gedacht, zwar länger, aber... Naja, Leute, das war Mist of Aiden. Oder warte mal, kann ich doch das andere? Geht noch ein anderes Ende? Ah, nee. Okay. Egal. Also, ich glaub, das war das Richtige, das zu tun. Bisschen abrupt, bisschen schade eigentlich, aber ja. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ich fand's... Ja, ich find's immer noch sehr gut, das Spiel. Ja, und ich bedanke mich fürs Zusehen natürlich. Danke fürs Liken und Kommentieren und wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin der Bruga. Macht's gut. Und tschüss.